Der heilige Vater kommt dann von der Altarbühne da runter, kotzt sich da am Brunnen aus und wichst in die Kapelle. Herr, du hast mich geheilt. Ceres und Perach, fuck off. Hier ist geschlampt worden. Hier fährt in drei Stunden der heilige Vater vorbei und es ist verschlampt alles. Jetzt wird richtig geprüft. Der Engel Ambrosius wird kommen. Aufgeglitscht. Hinten auf. Hinten auf. Bravver. Bravver. Römer Vater. Willkommen mit alter Verträgen.